Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Computernetze funktionieren. Netzwerke haben heutzutage eine immense Bedeutung für viele Lebensbereiche. Im Büro zum Beispiel brauchen wir sie, um miteinander zu kommunizieren, Daten auszutauschen und Ressourcen zu teilen, wie etwa einen gemeinsamen Drucker oder ein Laufwerk. Von einem Netzwerk sprechen wir schon, sobald zwei Computer über ein Kabel miteinander verbunden sind. Heutzutage sind Netzwerke aber meist größer und nicht nur durch Kabel, sondern über Funk verbunden. Aber ganz egal, ob wir von einem kleinen Ladennetzwerk, ihrem WLAN zu Hause oder dem gesamten Internet sprechen. Der Aufbau von Netzen ist außerordentlich komplex. Um diesen komplexen Vorgang in einfacher Form darzustellen, wurde das sogenannte ISO-OSI-Referenzmodell entwickelt. Es basiert auf der Überlegung, dass die Kommunikation zwischen Computern aus vielen verschiedenen Aufgaben besteht, die aufeinander aufbauen, also sozusagen aufeinander geschichtet sind. Den Namen hat das Modell von der International Standard Organization, die das Open Systems Interconnection Reference Model entwickelt hat. Die unterste Schicht bildet das Fundament des ganzen Modells. Sie kümmert sich darum, dass die Daten rein physikalisch übertragen werden können. Und sie legt fest, welche Hardware zur Übertragung benötigt wird. Das beginnt schon damit, ob Daten per Kabel oder durch Schall- und Radiowellen übertragen werden sollen. Die Netzwerkschicht vermittelt zwischen den Teilnehmern eines Netzwerks. Sie kennt die Adressen jedes Computersystems im Netzwerk und sie sorgt dafür, dass die Daten auf dem schnellsten und effizientesten Weg vom Sender zum Empfänger kommen. Und so hat jede Schicht ihre eigenen Aufgaben bis hin zur obersten Schicht, der Anwendungsschicht. Die ermöglicht es uns als Benutzer, das Netzwerk tatsächlich auch zu nutzen. Konkret heißt das, dass sie das richtige Programm zur Verfügung stellt. Um auf eine normale Website zugreifen zu können, brauchen wir beispielsweise einen Webbrowser wie Firefox oder Safari. Dieses Modell ist aber lediglich eine Definierung der nötigen Vorgänge und rein theoretisch. Konkret wird es erst, wenn diese Vorgänge tatsächlich umgesetzt werden müssen. Das ist ziemlich kompliziert, vor allen Dingen, wenn man nicht nur verschiedene Computer, sondern verschiedene Netzwerke miteinander verbindet. Man braucht deshalb für die Datenübertragung Netzwerkprotokolle. So ein Protokoll kann man sich wie eine Sprache vorstellen, mit deren Hilfe Computer miteinander kommunizieren können. Dabei hat jede Schicht ihre eigenen Protokolle, die dabei helfen, dass von Schicht zu Schicht alles reibungslos läuft. Ohne diese Regeln funktioniert die Kommunikation zwischen den Computern und Netzwerken nicht. So wie es viele verschiedene Sprachen auf der Welt gibt, gibt es auch viele verschiedene Netzwerkprotokolle. Eins davon ist Ihnen sicherlich bekannt. Das Hypertext Transfer Protocol, kurz HTTP, gehört zur Anwendungsschicht und ermöglicht es Ihrem Computer, Internetseiten zu öffnen. Um zu verstehen, wie Netzwerke in der Praxis funktionieren, werfen wir mal einen Blick auf eine relativ simple LAN-Verbindung. Sie wissen natürlich, wozu diese Verbindung nützlich ist. Aber wie kommt sie zustande? Angenommen, Sie möchten Ihrem Kollegen Ralf eine Nachricht schicken. Erstmal brauchen Sie dafür Kabel. Die bestehen entweder aus Kupfer oder Glasfaser. Mittlerweile gibt es natürlich auch drahtlose Verbindungen, wie zum Beispiel WLAN, was für Wireless LAN steht, oder Bluetooth. Bei LAN werden meist Ethernet-Kabel benutzt. Die wurden bereits in den 70er Jahren entwickelt. Sie übertragen elektrische Signale, sogenannte Impulse. Die kleinste Einheit dieser Impulse wird übrigens Bit genannt. Alle Daten, die Sie mit Computern übermitteln, bestehen aus vielen Bits. Und die Geschwindigkeit, mit der Bits übertragen werden, wird mit Bandbreite beschrieben. Sagen wir mal, dass Sie Ihre Nachricht in Form eines Pakets voller Bits an Ralf schicken wollen. Woher weiß Ihr Computer, dass das Datenpaket nur an eine Person gehen soll und nicht an das gesamte Netzwerk? Dafür hat jedes Gerät eine sogenannte MAC-Adresse. MAC steht für Medium Access Control. Diese Computeradresse ist einzigartig und sorgt dafür, dass jedes Gerät in einem Netzwerk eindeutig zu identifizieren ist. Mithilfe des MAC-Protokolls kann Ihr Computer dafür sorgen, dass die Nachricht problemlos bei einem bestimmten Empfänger ankommt. Ihre Nachricht an Ralf kommt also auch nur bei Ralf an und nicht im gesamten Netzwerk. Wenn Sie Ihre Nachricht über einen Laden an Ihre Kollegen schicken, sitzen Sie vermutlich im gleichen Gebäude. Sie befinden sich zum Beispiel in der Zentrale einer großen Firma. Alle Computer in diesem Gebäude sind durch Kabel miteinander verbunden. Das gleiche gilt für die Drucker, externe Bildschirme und was es am Arbeitsplatz eben alles so gibt. Netzwerke dieser Art lernt man LAN, also Local Area Network, weil sie lokal sind und auf ein Gebäude beschränkt. Aber heutzutage reicht es natürlich nicht aus, nur innerhalb eines Gebäudes vernetzt zu sein. Wenn unsere Firma zum Beispiel mehrere Standorte in einer Stadt hat, sollen die ja ebenfalls Daten austauschen können. Das funktioniert dann über sogenannte Metropolitan Area Networks. Über die werden zum Beispiel verschiedene Gebäude in einer Stadt miteinander verbunden. Und natürlich geht das Ganze auch noch eine Stufe größer. Man kann Computersysteme auch innerhalb eines Landes miteinander verbinden, von München übers Ruhrgebiet bis nach Berlin. Die Wide Area Networks können sich nicht nur über ein Land spannen, sondern auch über ganze Kontinente. Verbunden sind all diese Netzwerke durch riesige Datenleitungen. So ähnlich funktioniert übrigens auch das Internet, das wir alle täglich nutzen. Ihr eigenes LAN zu Hause, also jedes Gerät, was mit ihrem WLAN-Router verbunden ist, ist mit dem MAN ihrer Stadt verbunden. Und das wiederum ist mit einem WAN verbunden. Das WAN ist direkt verbunden mit riesigen Leitungen, durch die alle Daten wandern. Die bestehen aus Glasfasern und umspannen die ganze Welt. Sie haben in diesem Video gelernt, wie Computernetze funktionieren. Noch mehr Infos dazu finden Sie übrigens in unserem Video, wie ermöglicht das Internet-Datenaustausch. Danke fürs Zuschauen und viel Erfolg beim Lernen!